Hallo Freunde. Hallo Fans. Wir sind es noch mal. Ja, wir haben, wir waren heute schon ein bisschen was einkaufen, aber wir hängen das dann morgen mit an den Holen mit ran. Und wir wollten euch erstmal unsere neuen Schätze zeigen, was wir uns neu zugelegt haben. Das hat jetzt nichts mit Food zu tun, sondern einfach, wir haben uns einfach, zeig mal deins, wir haben uns jeder eine Handykette gegönnt. Ja, das kann man so um den, kann man sich oben hängen, wie eine Tasche oder am Hals hängen. Oder man kann es ganz lang machen, man kann es hier so an der Seite tragen. Ja, so. So, so an der Seite tragen. So, so, so lang, 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 so lang. So, bis hier unten, bis da ganz unten. Ja. Und die sind auch gut verarbeitet. Also, die habe ich bestellt im Internet bei Real.de. Für 11 Euro, die Hülle. Ich glaube, deine war, glaube ich, etwas teurer. Keine Ahnung. Aber, ähm, ja. Habe ich uns gegönnt. Ich verirrme mich ein. Ich habe so eine beigebunte Gold und du hast eine schwarz wird silberne Dinger. Ja, genau. So, das war das erste. Dann waren wir heute, wie gesagt, wir waren ja heute unser Auto wegbringen. Und dann ist da Tick und alles in der Nähe. Dann waren nämlich kurz beim Aldi drin, ne. Gebt mal bitte her. Ach, und bei, nee, ja, bei Domäne waren wir auch. Bei Domäne waren wir auch. Kurz drin. Jetzt gehen wir erstmal schnell zum Aldi rein. Wo es da die feinen Sachen gibt, da gab es Spargel. Da gab es wieder frische Spargel, 6,66 das Kilo. Wir haben jetzt etwas über ein Kilo. Ja, wir mussten leider, weil wir waren spontan, wir haben nichts mitgehabt zum Einkaufen. Deshalb mussten wir jetzt hier so eine Plastiktüte nehmen. Sonst haben wir ja unseren Beutel. Da haben wir über ein Kilo Spargel. Dann habe ich gesehen, haben die, ist neu, so ein Eistee. Wildkirsche, 69 Cent. Und Mango Maracuja. Und Mango Maracuja, die würde ich mal kosten. 69 Cent. Und dann, wir wollen Lachs mit Spargel essen. Lachs hoch 6,95 Euro, irgendwie so runter, also war 1 Euro günstiger. Aber jetzt nicht runter ist, weil es abläuft, sondern preis gesenkt. So, dann habe ich mal so Fraps mitgenommen. Ich will mal so eine schnelle, nee, eine Blitzpizza machen. Habe ich jetzt schon oft gesehen im Internet, will ich einfach mal testen. Dann nimmt man hier so ein Wrap, belegt den mit Soße und allem, was man so braucht. Und dann schiebt man die kurz in den Ofen. Das nennt man dann Blitzpizza. Einfach mal kosten. Und dann können wir euch sagen, ob schmeckt oder nicht. Dann hast du dir noch... Ach ja, habe ich gesehen, genau, sind so wie Pick-Ups. 69 Cent, glaube ich, ja auch, die Pick-Ups, genau. Gezahlt. Das war's. Dann waren wir noch schnell bei Domäne drin, weil Irmi hat ja ihr Bild fertig. Willst du das mal zeigen? Ja, Moment. Genau. So, Irmi hat nämlich ihr Bild fertig, fertig gepaintet und da braucht man einen Rahmen und dann waren wir bei Domäne drin, weil alle da gleich in der Nähe ist und haben noch einen Rahmen gekauft und den Rahmen zeigen wir euch jetzt auch mal. So, Deli. So schwer wie es ist, ist sogar noch nicht glas. Natürlich ist es glas. Und dann ist er richtig... So. Ja, ja. So. Da kam jetzt 10 Euro der Rahmen und da kommt das Bild dann drin und dann an die Wand. Und zwar soll das genau hier, hier hin. Ja, da hinten. Mit, aber mehr mittig. So genau. Genau, da soll das hin. Mhm. Ja, da kommt es hin. Ja. Und dennoch, willst du noch zeigen, das andere? Da ist dann auch noch, da haben wir doch noch eine, hier. Das? Oh, oh. Hier, dann haben wir noch diese Ente. Die kamen von 5 Euro auf 2 Euro runtergesetzt. Hat ein bisschen länger gedauert, weiß ich ja noch nicht. Oh, von 5, 5 Euro. Die C-Ente. Naja, die kannst du mit in die Badewanne nehmen. Ach so. Deswegen. Und genau hier diese schöne pinkfarbene Ente. 2 Euro. Und dann waren wir noch bei Kick, weil ich da in der Nähe ist. Und da hat sich irgendwie noch 5 T-Shirts mitgenommen. 5. Weiße. Weiße T-Shirts. Ich muss meine Alten mal aussortieren. Und Omi hat ja so, die zieht ja unter jedem immer ein T-Shirt mit. Also, ne, ich mach hier Pulli und T-Shirt drunter. Ich brauch das. Ich könnte das nicht. Ich brauch das. Da kam jetzt 1,199. Genau, 1,99. Reicht hin. Ganz normale, stinknormale, weiße. Genau. Mit V-Ausschnitt sind die. Ne, aber manche waren mit V-Ausschnitt. Das ist nicht mit V. Das ist mit V. Aha. Auch mit V. So geil, so geil. Genau, 5 Stück. Ja. Mal wieder ein bisschen frische T-Shirts. Genau. So. Und dann geht es jetzt weiter mit dem Food Haul für Donnerstag. Also, bleibt dran. Nicht abschalten. Nein. Weiter schauen. Weiter schauen. Weiter schauen. Weiter schauen. Und wisch. Hey, pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want. Hallo Freunde. Hallo Fans. Im Vorspann habt ihr den ersten Teil unseres Food Hauls gesehen. Wir haben mich gestern schon ein Teil eingekauft. Haben wir ja gesagt. Und jetzt seht ihr den Food Haul von heute. Heute ist Mittwoch der 13. Wir gehen heute schon einkaufen. Wir sind heute schon einkaufen gegangen, weil wir ja, weil ich ja morgen, ähm, zum Zitemus. Guck mal ein bisschen vor. Ne, hier vor. So. So. Weil ich ja morgen zum Zitemus. Ähm. Wir waren bei Penny. Penny. Eidi. Und Lidl. Genau. Und Lidl. Genau. Das zeigen wir euch jetzt. Wir fangen an mit, keine Ahnung. Äh, Penny. Das ist Penny. Na, wieder meine Lieblingswurst, den Römerbraten. Einmal. Dann sagst du Schinkenstreichmettwurst. Mhm. Oh. Einmal Schinkenstreichmettwurst, genau. Einmal Toastbrot von Penny. Penny ist das beste Sammeln. Komm her. Komm her. Komm her. Dann hat sie sich genommen, zwei Weinussbrötchen. Ja, von Penny, genau. Penny diesmal. Dann sind wir ja unterwegs wegen Zitronen. Bei Aldi 1,39. Bei Lidl auch 1,39. Und bei Penny haben wir sie für 1,29 gekauft. Ja, genau. Zehn Cent gespart. Uppala. So, dann haben wir. Die Ille braucht ja manchmal ihre Medikamente. Ich manchmal. Äh, immer. Immer, jeden Tag. Jeden Tag. Und die Becher da, die gehen schon langsam zur Neige. Und da hab ich gedacht, ich nehme mal Schnapsgläschen mit. Ja. Damit sie dann, damit das mal wieder. Die halten zwar scheinlich nicht so lange wie die anderen. Nee. Egal. Dann haben wir Katzenfutter mitgenommen. Wir haben diesmal, äh, da so viel, wie wir sind hier drin. Viermal. Viermal davon. Genau. Vier Dosen. Und viermal davon. Und dann hast du noch diverse Tüten hier. Genau. Weil die Dosen ist momentan. Genau. Bei den Herrschaften total out. Das war's schon bei Penny. So. Es fällt hier runter. Und habt euch gestern alle amüsiert über mein, mein L'Oreal Fleck hier. Meine Creme auf dem Dekulti. Hier hat sie sie mir abgewischt, aber hier hat sie sie ganze Zeit rufgelassen. Ja, das hab ich auch nicht gesehen. Weil L'Oreal, L'Oreal ist grüßen. Ja. Hm. Ist ja auch nicht so weiter schlimm. Ja. Das hat's ja ausgemacht, dieses Video. Jetzt kommt irgendwie so quer durch den Garten oder wie. Ja. Ist egal. Ist egal. Ja. Der. Der fällt wie. Bei Lidl. Bei Lidl. Bio fällt Salat. Und dann hatten sie ne. Bei Lidl Minze. Weil ich hab mir nämlich, wir haben vorgestern, vorgestern? Ja, vorgestern hab ich einen orientalischen Linseneinkopf gekocht. Und der war so lecker und da brauchten wir Minze. Ich hatte jetzt nämlich nur getrocknete Minze und jetzt haben wir mal frische Minze gekocht. Weil die möchten wir gerne noch mal machen, weil der so lecker war. Dann haben wir Hackfleisch mitgenommen, zwei, nee, vier, achthundert Gramm. Vier Euro neunundzwanzig. Die wird aufgeteilt und, genau, eingefroren. Hat man immer was in Hause. Dann hat Lille, achso, Olivia. Genau. Oliven aus dem Glas für die Pizza. Genau. Für die Pizza. Schinken. Weil ich möchte gerne eine Rucola-Schinken-Pizza machen. Genau. Oder machen wollen wir hier. Am Wochenende kommt der Jason und vielleicht machen wir mit ihm zusammen ne Pizza. Das verzieht irgendwie schon wieder das Gesicht, aber da muss er durch. Dann drei Dosen. Gehackte Tomaten. Gehackte Tomaten. Dann haben wir einmal geriebenen Mozzarella. Dann hast du hier noch Kinderwurst. Ja, die Frerik ein. Und nochmal Kinderwurst. Weil die ist bis 16. ist heute, ne, bis 16. ist die halt, wa? Bis 16.06. Mal gucken. Ein kleines Mark der Kinder, das ja auch essen jetzt, wenn am Wochenende kommen wir nicht Frerik ein. Dann kleine Frühstückswurstchen. Aber die haben wir mitgenommen für den Linseneintopf. Den orientalischen. Dann hattest du Butter. Zwei Mal. Zwei Mal. Zwei Mal. Zwei Mal. 1,25 Grad per Lidl. Dann hast du getränkt. Einmal. Food, Food Tea. Eine Flasche. Die ist lecker mit Granatapfel und Blutorange. Und das ist mit, ähm. Maracuja Limette. Das sind sehr lecker. Die haben sie nicht immer beim Lidl. Dann habe ich hier noch einmal Orange Pomelo Cetrus. Genau. Dann hast du hier Lemon Litchi. Lemon Litchi. Ja, wenn der Kleine kommt, der muss auch irgendwas trinken. Wiss ich. Ach naja. Oder hier Multi Vitaminsaft. Und Multi Vitaminsaft. Ich weiß ja nicht, wie viele Trinkpäckchen wir noch haben. Ja, paar. Und Batterien. Batterien kleine für die Gurke. Die kommt aber erst noch. So. Jetzt, äh. Muss ich das mal bisschen Platz machen wieder hier. Alles nicht so einfach. Und, geht's dir gut Kalido? Geht's dir gut Schatz? Geht's dir bei Mama auf den Arm? Ja? Geht's dir gut? Geht's dir gut. Na ja, wenn er sich gut, dann geht's ihm gut, ne? Wenn er sich gut. Nee, war doch noch nicht. Nee, komm, ich geh doch noch mal weiter. Wenn er sich gut, dann geht's ihm gut. So. Dann hab ich, äh, Gucola für die Pizza. Mhm. Ja, das finde ich ja auch immer. Da gibt's diese fertigen Rucola, da, äh, Pizzen, da ist dann Rucola drauf. Da kommst du in den Backofen rein, äh, dann schmeckt der Rucola einfach nicht mehr. Aber ist ja gefroren, er ist nass. Und, äh, nee. Also, äh, da wäre mein Verbesserungsvorschlag an die Industrie, an die Pizzenindustrie, eine kleine Tüte Rucola einschweißen und dabei legen. Dass man sich den Rucola... Aber er ist dann auch gefroren, er ist auch nass. Ist auch nass, ja. Ist auch. Ja, also wie gesagt, das sieht dann auch nicht mehr schön aus, wenn das dann, äh, gemacht. Und Rucola macht man hinterher auf, nach dem Backen. Ach guck, hier ist das zweite Stück Butter. Ich fand es. Dann... Ich fand sie irgendwo. Allein in Mexiko. Anita. Eine... Orange. Ille fragte mich, möchtest du auch ne Orange? Ist eine einzelne Orange? Wofür brauche ich ne einzelne Orange? Ne, sie meinte eine orange Paprika. Und eine rote Paprika. Und die waren aber ganz schön teuer. Ja, aber was willst du machen? Was willst du machen? Eben, ja, was willst du machen? Ne? Also, der Paprikamix schmeckt uns nicht. Da schmeckt die Paprika nicht. Dann hatten sie deutsche Erdbeeren 2,85 Euro. Ne, 2,59 Euro. 2,59 Euro. 5,800 Kilo. Äh, deutsche. Ja. Aber die sahen nicht gut aus. Ne, die sahen, die waren schon bestimmt von vorgestern. Stand zwar nicht drauf, aber die sahen auch... Da haben wir also Erdbeeren aus... Wo kommen die her? Ich habe meine Brille nicht auf. Aus Spanien. Aus Spanien. Die sahen noch einigermaßen aus. 1,69 Euro. 79 Euro. Aber egal. Wir haben auch nur einmal, weil wir die jetzt so zum Verzehr und keinen Kuchen machen wollen. Und ein Becher Sahne dazu natürlich. Nicht zu vergessen. Dann geht es weiter. Bärchenwurst. Aber nur die Streichwurst. Bärchenstreichwurst. Die anderen hatten sie nicht. Bärchenstreichwurst. Die sind aus Holland hier im Gewechshaus. Klar sind die bestimmt auch hier aus dem Gewechshaus. Aber ich weiß, ich mag einfach... Ich finde, holländische Tomaten haben einfach keinen Geschmack. Wer teilt die Meinung? Schreibt es mir in die Kommentare. Oh, mein Vater damals, der hatte ja im... Auf dem Gemüsemarkt gearbeitet. Der hatte auch gesagt, die Tomaten aus Holland schmecken nicht. Ne, die schmecken auch nicht. Die schmecken einfach nicht. Dann hat Dillen sich hier... Frischen Dill, weil wir wollen ja heute... Spargel mit Lachs machen. Unter Bräutel für den Lachs. Weil die machen so Lachspäckchen. Dann hast du noch einmal kleine Nudeln mitgebracht. Ja, ich will irgendwie mal den türkischen Reis... Also wie die Türken den Reis kochen mit Nudeln. Die braten die Nudeln erst an und dann den Reis dazu. Hab ich früher viel gemacht. Habe ich das schon mal gemacht? Weiß ich nicht. Es war das einzige was du gemacht hast türkisch war... War der Spinat und der hat mir absolut nicht geschmeckt. Das war arabisch. Achso das war arabisch. Spinatsuppe. Achso. Na jedenfalls die war... Bäh. Was der Bauer nicht kennt den Fredda nicht. Was der Bauer nicht kennt den Fredda nicht. So dann noch einmal Tomaten so... ...gekackt. Ja für die Linsensuppe. Da hat mich jetzt für die Linsensuppe uns einen frischen Tomaten genommen. Creme Fien zum Verfeinern. Ja ich dachte weil ich doch den Kartoffelsalat machen will. Zweimal genommen. Und statt Mayonnaise mache ich dann lieber das mit rein. Ich habe mir einmal Fifi mitgenommen. Ist das zu scharf? Wie viel denn? Fifi. Fifi. Wie viel denn? Fifi. Ja das ist mir zu scharf. Fifi. Extra strong. Boah ich kau das. Da brennt mir ja die ganze Schnute weg. Das glaube ich. Nee das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Falito äh. Ja. Geht's dir gut? Dem geht's gut. Siehste doch. Siehste er ist entspannt. Voll relaxed. Er ist bei Mama er kann gucken was wir eingekauft haben. Voll relaxed. Ja. Also einkaufen war eigentlich heute entspannt. Ja war entspannt. Na gut es ist Mittwoch. Genau. Morgen kommt erst jetzt ein Angebot. Aber wir brauchten nichts. Und von daher. Nee. Also wir werden am Freitag vielleicht nochmal losdüsen. Wegen Tomi. Äh. Hollandaise. Bei Edi haben sie dem Angebot. Wollen wir mal. Lass mich mal. Bevor ich es vergesse. Wollen wir mal liebe Grüße an den Josef rausschicken. Und dem Josef gute Besserung wünschen. Kalito. Wollen wir den Josef mal gute Besserung wünschen. Ja. Wer ist denn Josef? Dass es dem Josef bald wieder gut geht. Josef ist ein Kaninchen. Ach so. Ja. Ne. Schicken wir mal dem Josef alles Liebe und gute Besserung. Den kenn ich aber nicht. Und hoffe dass es dem Josef bald wieder besser geht. Und ich hoffe dass keine Entscheidung gefällt werden muss. Oh die könnte es mal los werden. Gut. 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 Es geht gleich weiter. Es geht gleich weiter. Es geht gleich weiter. Es geht gleich weiter. Ja. Die hatten alles ein bisschen sehr strong gebacken. Ja. Ja. Also da sind sie. Wir sind ja wieder bei einem anderen Aldi gewesen. Und die gibt sich. Die hab ich auch schon zu ille gesagt. Ich sag die vermisst uns schon. So. Viele kleine Bananen. Ah. Gott sind die süß. Ey war die Bananen. Die sind auch wie Mini Bananen. Ja. Die Baby Bananen. Reicht vollkommen hin. Zwei Halbwohnen sind sie weg. Ist doch in Ordnung. Besser als wenn sie rumliegen. Genau. Wenn ich Bananen. Ich esse gerne Bananen. Immer noch gerne. Ich nur wegen meiner Krämpfe in der Speiseröhre. Ja. Und du hast das Gefühl dass es dir hilft. Ja. Heißt das ja. Mir soll helfen. Und äh. Wenn die Bananen dann doch schon ein bisschen braun geworden sind. Dann gibt's Shake. Dann gibt's Shake. Und dieser Shake ist dann besonders süß. Mhm. Da wird einfach Bananenmilch gemacht. Dann hat Ille Fleischsalat eingepackt. Für. Für den Kartoffelsalat. Genau. Weil wir schmeißen da immer ein bisschen noch Fleischsalat. Genau. Früher hat meine Mutter auch immer Fleischsalat reingemacht. Und die hat aber dann noch eine Fleischwurst reingemacht. Ja aber ne das kenn ich nicht. Die kennen also ne Wurst mit im Kartoffelsalat kenn ich nicht. Die kennen nur im Nudelsalat ne Wurst mit rein. Ja doch. Und Kartoffelsalat. Ne das mag ich nicht. Dann habe ich äh Freiland Hühner. Nein Freiland Eier bekommen. 1,69. Ich glaube das hat sich. Ich weiß es gar nicht. Ich hatte so den Eindruck als wenn die dasselbe kosten wie die Boden. Kleiner habe ich jetzt nicht tropfen. Ich habe extra darauf gedacht das wollen wir mal wieder braune Eier haben. Warum auch immer. Warum isst man braune Eier lieber als weiße Eier. Kleine Ahnung. Aber es ist so. Ist so ja. Ist so ja. Ist so ja. Man möchte immer gerne braune Eier haben. Vielleicht weil es gemütlicher ist. Dann habe ich nämlich den nächsten Mal. Wille hat sich Appenzeller mitgenommen. Mein Lieblings Käse. Appenzeller. Eine Gurke. Dazu die Batterien. Und wie sind die vom Lidl sind die ne. Nein von Aydie. Ach vom Aydie genau. Nein für 33 Cent. Haben wir alles eingepackt und die Gurke lag noch da. Da sagt sie ihre Gurke. Ich sag ach ja Mensch durfte man nicht vergessen. Weil diese haben wir nur eine gekauft zum Essen. Da musste sie schmunzeln. Dann. Dann. Dann plus Sahne. Oh das sind ja 8 Stück ne. Ja für Jason. Also für Jason und für dich. Meins isst das nicht. Ich auch so ab und zu mal esse ich das ganz gerne. Aber Jason isst das gerne. Ihr habt recht ich bin die Nougat Tante. Genau. Wollte ich nochmal so nebenbei erwähnt haben. Die Nougat und die Marzipan Tante. Genau. Ist noch nicht angefangen nein. Nein. So dann. Einmal großes Glas Nuttenteller. Guck hier sind auch 75 Gramm. Ja extra genau. Kosten überall 3,99. Aber so ein großes Glas. Jetzt hält der bei uns. Jetzt hält der bei uns. Das hält der bei uns. Jahre. Das ist das erste jetzt in diesem Jahr das erste Glas. Dann haben wir Bratwürstchen mitgenommen. Und wir wollen Bratwürstchen mit Kartoffelsalat machen am Wochenende wenn der Jason da ist. Plastik. Das riecht doch wieder lecker. Gut. Dann haben wir noch Joghurt mitgenommen. Limettenzauber. Das ist lecker. Und zweimal mit Kuchenstücken. Mit Kuchenstücken. Ja das macht das. Wer macht denn das noch. Irgendjemand macht das doch noch. Emmi. Emmi. Emmi Joghurt. Die machen das auch. Emmi? Hm? Heißen die nicht Emmi? Äh. Irgendjemand macht es auch nicht. Oder Emmi. Ne Almi. Almi Gurt. Genau. Almi Gurt. Ja die machen das auch mit. Mit Zupfkuchen und so Kram. Wie gesagt zweimal Vanille und einmal Limette. Dann haben wir noch einmal Zwiebeln hier drin. Ein paar kommen nach oben. Bleiben oben. Und der andere der Rest kommt den Kuchen. Genau. Weil die sich am besten im Keller halten. Es küsst. Es sind aber keine großen Zwiebeln. Aber es sind nur so kleine Zwiebeln. So. Und Kartoffeln. Und Kartoffeln. Da hatte ich mal gesehen. Es waren die ersten deutschen Kartoffeln. Sind die deutschen schon? Nein. Aber die in dieser Tüte da ne? In dieser Box. Die sind da 349. Ja. Aber wir waren da drin. 250 Gramm. Ne. 250 Gramm sind drei Kartoffeln Schatz. Na dann waren es vielleicht 500 Gramm. Ne. Kilo oder so war es schon. Also ich aus meiner ehemaligen Heimat. Also Blumenhagen. Ganz in der Nähe ist Ütze. Und da wurden jetzt vor einer Woche die ersten deutschen Kartoffeln geerntet. Echte? Ja. Auf freiem Feld. Auf freiem Feld. Ja. Okay. Die Ützer Gegend ist für Kartoffeln bekannt. Ich weiß das äh äh. Ützer und Dolberg. Ich weiß das da äh äh der große Kartoffellieferant ist. Und da wird auch bekommt auch Eidi da seine Kartoffeln her. So wie es jetzt hier ist aus dem Brandenburger Land und so weiter ne. Ja äh das äh war es dann. Das war es ne. Mehr haben wir nicht. Nö. Milch. Wundert euch nicht dass wir diesmal keine Milch haben. Aber wir haben von letzte Woche noch alle Liter übrig. Wir haben wenig Milch die Woche. Getrunken? Na ich ja sowieso selten. Du für den Kaffee und der Klee. Biss ich auch nicht. Ja mein Gott. Aber wir haben jedenfalls noch drei Liter im Kühlschrank und deswegen brauchen wir keine Milch kaufen. Brot haben wir als letzte Woche gekauft. Das haben wir ja eingefroren. Richtig. Und ja. Das war's. Ja. Und wenn ich den orientalischen Linseneintopf mache dann gebt mir Bescheid wie ich ihn mitnehmen soll. Aber den koche ich allerdings in unserer Dori ne. Ähm. Aber man kann ihn ja auch nochmal kochen. Aber der war sehr sehr lecker. Ich blende euch mal jetzt das Bild ein oder das Video ein wie das aussah. War sehr sehr lecker. Sehr lecker. Nur ein bisschen scharf. Ja für dich ein bisschen scharf. Ich fand es angenehm. Aber es war sehr lecker. Und den wollen wir halt nochmal machen. Ja. Wenn ich euch dann mitnehmen soll. Schreibt es mal in die Kommentare. Gibt es Bescheid. Gibt es. Gibt es. Gibt es bei Obi. Ne. Mein Schatzi Maus. Gussi. Ja Mama hat dich auch lieb. Ähm. Es ist doch. Ja also als wenn er so. Ganz relaxed. Ich bin da. Ich kann gucken. Ja genau. Er ist bei Mama auf dem Arm. Ja. Seit dem Teller nicht mehr da ist. Ihr glaubts nicht. Also der hängt mir nur am Rock. Begleitet mich auf Schritt und Tritt. Geht mit ihr zusammen aufs Klo. Überall. Wenn ich aufstehe kommt er mir. Oh mein Schatz. Wenn ich aufstehe kommt er mir hinterher. Und ach. 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 Ja. Ich bin halt Teller Ersatz. Ne. Schatzi Maus. Bin ich der Teller Ersatz mit dem Baby? Bist du Mami's Baby? Ja mein Schatzi. Ja mein Schatzi. Du bist Mami's Baby. Na ja. Er liebt dich ja auch. Auch wenn er manchmal ganz schön nervig ist. Ja. Er ist manchmal wirklich nervig. Aber erst seit dem Klinik nicht mehr da ist. Also das ist wirklich. Ja. Aber nun. Müssen wir durch. Müssen wir durch. Okay ihr Lieben. Ähm. Wie gesagt. Drückt mir bitte Daumen für morgen. Ich werde morgen sowieso noch nicht erfahren. Weil was los ist. Weil ähm. Das dauert ja immer bis der Befund dann da ist. Spätestens am 27.05. Dann habe ich ja den nächsten Termin in der Onkologie. Weil ich ja dann wieder diese Immunglobuline bekomme. Die Infusion. Und ja bis dahin wird das Ergebnis dann auch da sein. Aber drückt mir mal die Daumen. Und ähm. Ja. Schönen Dank fürs Zusehen. Wir wünschen euch ein. Schönes Wochenende. Mit einem Loch im Hemd. Und wenn ihr das Video morgen schon. Wenn ihr das Video morgen seht. Entweder war ich schon. Wann habe ich einen Termin? 11 Uhr 36. Ach 11 Uhr 36. 11 Uhr 30 habe ich morgen Termin. Ja. Also. Ja. Okay ihr Lieben. Also. Wir sehen uns. Dann bald wieder. Irgendwie so. Spätestens im nächsten Video. Spätestens. Muss ich mal sagen. Spätestens. Spätestens ja. Haben wir noch irgendwas zu sagen? Nö. 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 Ihr seid eine tolle Community. Ganz einfach. Ja. Mehr kann man da einfach nicht sagen. Ne. Und was sagen wir? Tschüss. Tschüss. iasel간 W구나. H power. Engel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017